Und Ute Ruf wird uns vom Kantonspolizisten, ich glaube vom Dritten, erzählen. Bitte. Der Kantonspolizist und andere Persönlichkeiten. Da stehen zehn Leute verstreut auf einer Wiese. Alle hinter einem hohen Holzbock, auf denen ein Gesteinsbrocken liegt. Sie bearbeiten ihn mit Hammer, Spitz und Zahnmeisel. Sie nehmen teil an einem Steinskulpturenkurs. H.P.'s Eidechse bekommt heute Augen. Gar nicht so einfach. Er betrachtet Eidechsenfotos. Die Augen müssen herausstechen. So was gelingt nicht in einer Stunde. Vielleicht aber noch heute. Und? Britta macht aus ihrem gelben Koloss einen Charakterkopf. Wie gut, dass sie in Berlin wohnt und kein Auto hat. Sie schenkt mir diesen Kantonspolizisten, weil ich eben erdig wohne. Ich streiche meinem neuen Beschützer über die täglich immer glatter werdende Stirn. Ein toller Typ. Danke, Britta. Wenn du ihn mal zurückhaben möchtest, dann hol ihn dir. Wir sind in Inzighofen, in einem alten Augustinerinnenkloster. Die Volkshochschule bietet einwöchige Kurse an. Von den Steinbildhauern kommen die meisten seit vielen Jahren hierher. Wie z.B. Klaus. Ihn faszinieren die Gegensätze von Unberauern und Geschliffen. Er geht drei Schritte zurück, betrachtet sein Kunstwerk aus Distanz, überlegt so den nächsten Ansatz für den Meißel. Vorgestern war noch ein Stein in seinem Auge. Nein, Verzeihung. Ein Auge in seinem Stein. Nein, gestern machte er eine Sonne daraus. Marlenes Engel hat vor zwei Tagen den Kopf verloren. Zuerst großer Schock. Dann aber die nüchterne Überlegung. Ist der Engelskopf so wichtig? Am wichtigsten sind doch die Flügel, oder? Oder Moni? Die auch soll tragen, einen schönen Engelsflügel samt Vogelbrunnen aus ihrem Stein hämmert. Aber um auf Marleni zurückzukommen. Ein weiteres Problem sind die zwei ungleichen Brüste. Die ihrer Skulptur. Sie muss die eine noch auf die richtige Körbchengröße zurechtstutzen. Die Reduzierung dürfte nicht so schwierig sein. Nur die Änderung der Form. Wie macht man aus einem Spiegelei eine Engelsbrust? Ich wollte Marleni ihrem Wesen ja auch ein dünnes Faltengewand einnehmen. Doch um die Nerven ihres Kursleiters zu schonen, meint sie, lässt sie es sein. Der Engel bleibt unbekleidet. Der Kursleiter heißt im Übrigen Erich Biel. Der weiß jeden und jede dahin zu führen, wo er im Grunde hin möchte. Er hilft, ermutigt, ermuntert. Alle sind auf ihrem Weg. So auch Heike, wo ist sie? Nicht da? Ah, da. So auch Heike mit ihrem Steinherrin der Ameisen. Sie führt mich zur Rücksäte des Frauenkopfes und bläst in eines der drehdunklen kleinen Löcher. Was soll das? Warte. Ich warte. Und tatsächlich, da huscht eine Ameise heraus mit einem Ei. Sie läuft damit zu einem anderen Loch und verschwindet dort. Sie versteht es. Dann fällt sie weiter an der Nase der Herren der Ameisen. Mitten im Gebüsch unter einem Sonnensturm steht Christa Maria. Maria. Ihren tollen Steinbussard hat sie fertig geklopft. Allein die Herausarbeitung der sechs Krallen hat drei Tage beansprucht. Jetzt aber zu David. Zu dem von Michelangelo inspirierten, schönen, männlichen Body. Der Stein von Malou zeigt seinen kräftigen linken Schultermuskel. Und, hey, eine ganz besonders rundig-knackige Pro-Backe. Die hat sie schon wie wild geschmirgelt. Mit einem Besen wischt sie den weißen Kalksteinstaub zur Seite. Sie zeigt mir das Schleifpapier. Es trägt die Nummer 400. Je höher der Wert, desto glatter der Schliff, desto mehr kommt die Marmorierung zum Vorschein. 2000 die Nummer des allerletzten, allerfeinsten Schleifpapiers. Ich tätschle das blankpolierte, halbe Männerfoodie und bin beeindruckt. Beeindruckt überhaupt von allen in einer Woche aus plumpen Gesteinsbrocken entstandenen Steinwesen.